Ayo, was geht da, Freunde? Daher kam es Steffi. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play The Suffering. Das letzte, wo wir stehen geblieben. Weiter geht es in der ersten Folge, schon ziemlich weit gekommen. Und ja, mal gucken. Same for instructions, okay. Ja, ich glaube, wir kriegen bald eine Waffe. Oh shit. Das ist nicht so schön hier. Oh fuck. Boah, Junge. Hör mal auf, ja, Walder. Der sieht nicht gesund aus. Der sieht nicht gesund aus. Ja, Kelp. Ah, verpiss dich, du Hund. Der ist eben, hört sich, fühlt sich so krünchen. Ja, Manniak. So. Hier ist ein Fackel. Ich habe auch übrigens herausgefunden, wie man hier die... ...beine Atmung so wechselt, einfach mit Maus verdrücken. Warte, guck mal, jetzt haben wir hier eine Tormigun. Oh Jesus, wir sind so krünchen. Hargrave ist so krünchen. Oh shit, Junge. Oh shit, Junge. Ich denke, meine Leger sind krünchen. Ich will nur, dass das Ende endet. Geh ihm ein bisschen Dings. Ich wusste nur, dass Hargrave ein krünchen war. Aber ich wusste nicht, dass er... Das ist das. Die Schweinung ist nicht so krünchen, dass es überhaupt nicht gut war. Oh shit. Dann sind alles noch krünchen. Da sind es auch so echt. Das kann man jetzt noch krünchen und nötigen. Oh shit, Alter. Wo noch? Wo noch? Ihr Kelp. Ah, Mann. Zick, zick. Verpiss dich. Ne, Bruder. Geht schon gut. Das ist auch dumm. Ja, oder was? Das ist dein Doktor, Tauk. Es ist schlecht, glaube ich. Es sieht aus, dass dein Problem immer mehr ernst ist, als ich vorhin erwähnt habe. Du musst in die Zeit kommen. In der Zwischenzeit, mach nichts falsch. Mach nicht zu schrecklich. Geht nicht in die Anforderungen, weil es keine Ahnung gibt, welche schrecklichen Dinge du kannst machen. Du musst mich bald sehen, wenn du immer hoffen kannst, Kontrolle zu bekommen. Alles klar, Digga. Ähm... Die Frage ist jetzt... Was ist mit euch los? Ja, Digga. Schau es, Digga. Wir sind hier. Wir müssen uns zu retten, bevor Hargrave zurückkommt. Wir müssen uns zu retten! Ich glaube nicht so. Meine Arme nicht immer wiederhören. Die Zeit kommt, um die Schmerzen aus der Erde zu spüren. Das ist meine Armageddon. Lock ihn down! Alter, warte mal kurz. Safe-Game. Oh, was ist hier los? Was ist denn zum F***? Oh mein Gott, Digga! Alter, was wird das denn, Bro? Schieß auf, die Lechner. Digga, das ist ja krank. Alter, das ist ja krank. Das ist ja krank. Verpiss dich! Kommt ihr direkt sicher, Schirmeko! Stay! So, ich hab kurz meinen Hund wieder reingeholt, der war auf der Terrasse. Wollte nicht reinkommen. So, Junge. Oh, mein Gott! Zieg's ja was zum F***! Was geht hier ab? Was geht hier ab, Alter? Checkpoints, erstmal saven Irgendwas geht hier ab Das ist ja crazy, Alter Der ist wirklich crazy Oh, Mann Ich muss hier irgendwas machen Was aktivieren oder so, ne? Wtf, Bro, guck dir das an Dem Bruder geht's gar nicht gut Dem geht's gar nicht gut, du Okay, warte, vielleicht Nee? Atomigun mit O-Revolver Digger, was die damit WT-Leuten gemacht haben, ne? Absolut geisteskrank Einfach alle niedergestreckt, Digger Aha Als wären's irgendwie schon Runde Okay, warte mal Äh Nee Hier vielleicht hoch Aha Alles klar Es ist unser Sohn, Digger Achso, unser toter Sohn Daddy Help me, Daddy Scheiße, Digger Die Frage ist halt Haben wir ihn getötet? Oder Was genau ist da passiert, Digger? Das frag ich mich Was genau ist da passiert, Alter? Das ist schon ne kranke Scheiße Oh, meine Eier Tommy Gun Wenn die verbündet sind, ist gut Wenn nicht, dann fick ich die So Was geht, Jungs? Oh, wir sind hier raus Jungs, pass auf Das ist nicht gut aus Das ist nicht gut aus Das ist nicht gut aus Gah! Nein Nein Du kannst nicht ausgleichen, was ich hinfügt Überraschung! Ich bin hier weg! Das ist nicht gut aus, Digger Zu was kommen, Digga. Das waren wir. Nutzen wir zu selten. Den Modus, Digga. Das Teuflisch-Katsumel ist hier. Oh mein Gott, Digga. Holy moly. Kommt hier, Hunde. Kommt hier, Hunde. Kommt hier, Hunde. Kommt hier, Kälb. Ich hab euch gefickt. So. Holy crap. Kann ich hier rein? Nee, geht nicht. Das Gebäude geht auch nicht. Okay, das würde gehen. Oh shit, Alter. Was ne crazy Kacke. Der hat eine Shotgun. Ja, der stirbt. Sehr schön. Der ist auch da. Oh fuck. Oh, das ist so schwer. Oh man hat Ziegenfick. Warte. Let's go, ich kann die Shotgun mitnehmen. Nice. Perfekt, Digga. Wir haben eine fucking Shotgun, Bro. Jetzt bin ich gespannt wie die Shepard. Ich hoffe, die hat ein bisschen geschlagen. Warte, Gott. Hm. Ein bisschen was trinken. Aber ich muss sagen, man macht das Game richtig Laune, Alter. Das Game bockt extrem. Also wenn es für gegen Ende genauso viel Spaß macht, ich bin besetzt, sag ich dir ehrlich. Aber ich glaube, hinterher direkt den zweiten dann. Schauen wir mal. Ich habe den zweiten auch installiert. Äh, können wir den zweiten auch direkt spielen. Hätte ich Bock drauf. Ich hoffe, der zweite ist genauso gut. Oh fuck. Alter Schwere. Boah, sieht crazy aus. Das ist schlimm. Schau. 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 Da ist alles ganz anders. Shotgun Muni. Let me show. Ich schaff da mal. Ich sehe hier. Ich schaff da mal. Ich schaff da mal. Nice, Digga. Was ist das, Sam? Was ist passiert? Lass mich raus! Lass mich raus! Hast du das gesehen? Was war das? Du kannst so gut sein. Ich erinnere das jetzt. Jetzt. Danke, Mann! Wir haben dich! Geh auf die Telefon, Tee. Wir müssen sprechen. Teg? Ich... Ich bin pregnant. Und das ist nicht alles. Ich habe einfach... Es ist vorbei, Tee. Sie sagen, Sie sind inocent. Aber ich weiß nicht, ob ich Sie können. Ich gehe für eine Verkaufung. Du kannst nicht sein Vater in der Kirche. Ich kann nicht Cory hierher kommen. Oder die neue Frau. Es ist besser, wenn sie einfach... vergessen. Es ist besser. Ich hoffe, dass du mich entschuldigst, Tee. Dinge vielleicht anders sein können, wenn ich mich aufhörst. Ein Glimmer des Teeues aufhörst. dulz Zudel ... ... ... ... ... Ich sehe noch ein Glimmer von Hoffnung für dich. Eine Möglichkeit der Erlösung aus dem schwarzen Pid, die dich immer wieder inbaut. Ja, zeig mir, wie du funktionierst, wenn die Antwort nicht so direkt ist. So, warte mal. Okay. Jetzt habe ich irgendwas... Ah, okay. Alles klar. Ich sehe noch ein Glimmer von Hoffnung für dich. Oh, ja. Eine Möglichkeit der Erlösung aus dem schwarzen Pid, die dich immer wieder inbaut. Ja. Ich zeige dir die Antwort. Die Antwort ist direkt. Scheiße, heraufschießen. Ist alles okay, aber das Wasser kommt da nicht ran. Und verpiss dich. Müllfische. Da komme ich doch nicht los. Scheiße. Okay. Ähm. Jetzt muss ich gucken, wie ich das jetzt... Irgendwas aktivieren. Deaktivieren. Warte mal, ich kann das hier hin und her schieben. Was bringt mir das? Digga, was? Was bringt das Bruder? Ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Was bin ich in diesem Abwasserkanal da? Ja. Ja, genau. Okay. Alles klar. Habe ich mir schon gedacht. Digga. Schleich dich doch nicht schon wie so eine kleine Crackhude. Was ist denn dein Problem, Alter? Oh, Mann. Oh Mann, ey. Was ist jetzt los? Okay. Okay. Who's running around out there? Oh, shit. Bura, what's best to do? What's best to do? What's best to do? Holy crap. Oh, shit. This is Corrections Officer Fuller, and I'm ready to get anyone on the main land here. Coast Guard, anybody? We've got a serious situation here. Alter, verpiss dich doch, Digga. Bleib stehen. Ziegenficker, Janne. Ah, guck mal hier. Okay. Leute hier. Sehr gut. Auf. Was ist los, ja? Ich fick euch alle. Was ist jetzt schon wieder, Junge? Ja, er ruft die ganze dann. Die Kinder fragen mich immer, wer mein Vater ist. Ich sage nicht, ich habe einen. Ich sage nicht, er ist in der Nähe. Ich sage nicht, er ist in der Nähe. Ja, der Knast. Ein Ort, den ich gerade sehr dank immer gewieden habe, noch nie drin gewesen bin. Nein, Vater, du kannst mich nicht fangen. Nein, Vater, du kannst mich nicht fangen. Ja, ich glaube nicht. Ich bin ein Ort, den ich gerade aus. 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 Ich bin ein Ort. Ich bin ein Ort. Ich bin ein Ort. Ich bin ein Ort. Wer sitzt nicht, du trägst viel. forever na, mein Gott. wenn ich so auch nein jetzt doch 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 hier kann ich so kleiner scheiß auf mich hab dich raus gewicht aus dem aus meiner jungen sagen wir ein bisschen dankbar hier was los hier die frage ist halt haben wir sie wirklich umgebracht oder wird uns hier was vorgeworfen das ist so die frage sie stellen muss viele sitzen halt auch unschuldig im knast leider was ist ein hund ok irgendwo jetzt hier ist alles zu digger ist irgendwo ah da warte mal hier so jetzt da haben wir es oh shit nächstes level hier nichts das hier bietet hier geht es nicht ich denke du bist ein bisschen indirektiv wenn du etwas machst, mach es komplett das ist der karnatische Weg okay ok was ist jetzt los, was ist los hier hat er sich gerade eingeschissen Bruder ich will dir nix du musst dich nicht einschissen, wie du musst dich nicht einschissen, wie ich mach dir nix ich mach dir nix ich hatte keine Munition das ist bei uns, Polschkot nichts aber er ist bei uns, Polschkot nicht der ist ein kaufender er wird dich durch er wird dich durch er wird dich um ne ich töte ihn nicht er wird dich nicht Checkpoint Der Ex-Fischer Was los ist scherzof, na? Was los hier? Kein Fiss, no die. Komm her. Wer will noch hier? Grund. Ich glaube, das ist ein komponent. Ich glaube, das ist ein komponent. Ich glaube, das ist ein kompitz. Ich glaube, das kann man sie irgendwie. Hmmm, das ist ein kompitz. Das sind zu viele, Dinger. Oh nein, ich bin tot. Ich habe alles in den Rechtskrieg gedrückt. Tschüss. Ich renne da, glaube ich, einfach durch. Ich glaube, es bringt nichts. Ich glaube, du musst aber durchrennen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Dinger. Was ist das für eine Scheiße? Hä? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Ja, ich liebe es, Malcolm! Geh, Malcolm! Geh! Ja, der ist immer mit seinem Vater. Aber wo warst du? Ja, ich bin tot, Malcolm! Geh, Malcolm! Geh, dein Vater! Frage muss ich da runter? Ich weiß es nicht. Warte. Kurz game saven. Ne. Muss ich nicht. Ich glaube ich muss ja wappen. Oder? Ich muss ja wappen. Ich frage es jetzt wo und wie. Oder muss ich ja wappen? Scheiße. Ich glaube es war. Ich sollte glaube ich da nicht reinfallen. Das ist kein Problem. Ich habe extra gespeichert. Okay. Entweder halt alle umbringen so. Oder keine Ahnung. Äh. Das ist eigentlich dieses Zeichen rechts. Ah. Verstehe. Wenn ich mich dich vorher heile. Nehmt es meine Lebensenergie. Ich würde halt gerne wissen so. Ähm. Wohin ich muss. Was ich machen muss. Das würde ich echt gerne wissen. Ich glaube nicht, dass ich alle töten muss. Ich glaube das irgendwie nicht. Vielleicht kann ich durch die Tür raus. Ich weiß es nicht. Aber nicht. Kann ich die Tür aufbrechen. Ne. Ja, verstehe ich irgendwie nicht. Irgendwas muss ich machen. Das ist echt nicht... Digga, warte, ich schau mal kurz nach. So, ich hab's rausgefunden. Und zwar musste ich mit dem Lichtschirm einfach mal da rauf. Der Bruder hat jetzt hier... ...Hit hier aufgeschlagen. So. Perfekt, jetzt kann ich hier durch. Mann. So, check, mein Sascha. Ob ich das einmal gecheckt hab, ne? Das gecheckt, aber bis ich das hier... ...hier nachgeguckt hab. So. Alles klar, hier schlummt zur Hölle, Junge. Weiter Revolver. Shotgun, pack mal die Mann aus. Ich will was aktivieren, nein. Okay, das würde zwar funktionieren, aber bringt mir nichts. Ähm... Vielleicht doch. Wenn ich hier runtergehe. Okay, doch, doch. Hat geklappt. Oh. Ich bin glaube ich... Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin der. Aber ich bin da. Oh, mein Gott. Kommt der hier unten. Der will noch, ja? Kleiner Scheisshofen. So, hoch hier. Schnell so schnell. Die Hunde Ficker, alter. Recht sicher. So, jetzt hier runter, ne? Okay, warte, ne, ne. Digga, ich will doch einfach nur die Tommy ganieren. Was ist denn dein Problem? Z. 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 Er war immer da. Ich sagte ihm nicht zu kommen. Ich weiß nicht. Du bist der Fluss für uns. Holy shit, bro. Der Vater war nie da. Der Schmerz hat uns geholfen. Ich wollte nur zwei Zuhren und eine Frage. Warum hat der Vater uns geholfen? So viele Fehler. Das war dein Leben, Tee. Wie lässt du es weg? Oh shit, Digga. Sind die wegen uns gestorben oder? Ich glaube nicht, dass wir sie getötet haben. Ich glaube, dass irgendwas passiert. Irgendwas ist passiert und die sind wahrscheinlich wegen unseren Fehlern verreckt oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Absolut keinen Plan. Und dann hat dieser Inmacht besser geholfen. Der Inmacht hat eine Schmerzen. Sie haben eine Schmerzen! Schrauben sie! Schrauben sie! Schrauben sie! Schrauben sie! Nein! Sie sind zurück! Sie sind zurück! Mal sehen sie! Mal sehen sie durch! krex fischer richtige müllviecher alter was ist denn hier kommt irgendwas aus dem boden geschraubt cool checkpoint sind schon über 40 minuten wieder crazy krex fischer krex fischer ja ja tommy Wir haben gleich 0.46 Tommy ganz Full Auto, sehr gut Sehr gut, sehr gut Gott, was ist das für ein Slide, Alter? Warte, ich muss mich ganz kurz kratzen So, ey Mach nicht Ja, ein sehr guter Fischer Okay, ist das besser? Holy shit Warte, lass mal hier hoch Genau Checkpoint Warte, ich spüre schon mal hier ab So, na gut, von der würde ich selber machen, dass es hier trotzdem mal ein Kaffee sind jetzt bei 42 Minuten Ich würde sagen, das reicht für heute, das wir machen heute mal ein bisschen kürzere Folge Weil schon auch bei mir relativ spät ist Wir sehen uns in einer nächsten Episode Wenn es wieder heißt, Let's play The Suffering Ich hoffe, es hat euch gefallen Mir auf jeden Fall, wir sehen uns dann, bis dahin, checkt ihr mich zwischen die Zwiebeln Und haut rein Das war das, was wir tun Und jetzt über die Zwiebeln Und jetzt haben wir da die Zwiebeln